Herzlich Willkommen zum Videoblog des TSV Handschussheim. Unser heutiger Interviewpartner ist der wieder genesene Stürmer Felix Bayer. Felix, du warst jetzt ziemlich lang verletzt und bist erst Ende der letzten Saison wieder in den aktiven Spielbereich zurückgekommen. Wie geht's dir denn jetzt? Hallo erstmal, mir geht's jetzt wieder sehr gut. Meine Verletzung ist soweit kuriert und ich freue mich auf neue Herausforderungen. Okay, du hast sehr ordentliche Leistung auf der dritten Reihe gebracht gegen Ende der letzten Saison, aber ursprünglich bist du ja ein gelernter Prop und warst da auch ziemlich gut. Kann man denn auf deiner Wunschposition auch mit einem Comeback rechnen oder wie sieht das aus? Das muss man noch schauen, wie sich mein Rücken weiter verhält. Im Moment sieht es gut aus, die nächsten paar Spiele werden es aber zeigen. Okay und wo du gerade die nächsten paar Spiele ansprichst, wie sieht denn die Stimmung in der Mannschaft aus, wie waren die abschließenden Trainings und vor allem, freut ihr euch, dass es jetzt endlich wieder losgeht? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es wieder losgeht, haben jetzt lange trainiert, haben ein recht neues Team, aber man sieht auch viele alte Gesichter und sind auf jeden Fall heiß, gerade jetzt auf die Vorrunde. Gut, dann wünschen wir euch dabei viel Erfolg und einen guten Start in die neue Runde. Danke!